Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es unsere Neuzugänge aus dem Monat Juni und wenn ihr wissen wollt, was alles so bei uns eingezogen ist, dann seht ihr das jetzt im Video. Wie viele Bücher sind bei dir eingezogen? Zu viele. Zu viele. Ja, ich sehe schon, du freust dich, dass du weniger hast als ich. Ja, ich hatte nämlich gedacht, diesen Monat geht es nach hinten los, weil ich mir so früh schon zwei Bücher geholt habe. Ja, dann ist dem anscheinend nicht so. Nee, ich habe vier. Ja, dann habe ich mich nicht zusammengerissen, weil ich habe am Ende des Monats dann nochmal für Jane Austen bestellt und deswegen sind es jetzt ein paar mehr geworden. Aber das ist mir jetzt auch gerade total egal. Und deswegen fange ich jetzt nämlich einfach an. Als erstes Buch ist Die Frauen am Fluss von Catherine Babb bei mir angezogen. Und zwar spielt das in England 1922 und geht um die Londonerin Irene, die in das Dorf Slotford kommt. Und allein ihre Ankunft bringt ja schon einiges durcheinander und danach geschieht auch noch ein brutaler Mord. Ein angesehener Gutsherr wird ermordet und das ist auch noch ausgerechnet Irines Mann. Und gemeinsam mit dem Stallmädchen Padding beginnt Irene sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Und die Spuren führen diese beiden ungleichen Freundinnen immer weiter in die Geschichte dieses Dorfes hinein. Und ja, es soll wirklich ein toller Spannungsroman sein und die drei waren da sehr begeistert von und deswegen habe ich mir das einfach mal gegönnt. Sehr gut. Ja, Catherine Babb war noch echt viel Gutes. Ich habe noch nie was von ihr gelesen. Nee, ich auch. Du auch nicht, ne? So, und dann habe ich mir gekauft diesen Monat von Joey Goebel Irgendwann wird es gut. Das hatte ich auf meiner Wunschliste und ich war in der Stadt unterwegs und da lag es dann da und da musste ich das mitnehmen. Hier geht es nämlich um verschiedene Menschen, um ganz normale Menschen, deren Leben das aber nicht ist und die sich Sachen erträumt haben, die dann aber nicht so gekommen ist, wie sie es sich erträumt haben und die trotzdem um ein Stück Glück kämpfen. Und das soll ein sehr bewegendes Buch sein. Benedikt Wells lobt das immer in den höchsten Tönen und deswegen habe ich mir das jetzt mal mitgenommen und bin gespannt, ob mir das gefällt. Ich habe bei der lieben Elena, das ist eine Kollegin von uns, was die Bücherhilde angeht, habe ich bei Elena liest Nachtwanderung gesehen von Cornelia Achenbach und das habe ich mir dann bestellt. Anja, er kriegt schon hier eine Zukunftsausdrücke. Nee, das habe ich, wo ich im Buchlein von Lukas war, habe ich das in der Hand gehabt und überlegt, ob ich das mitnehmen soll. Es war in der engeren Auswahl. Ja, ich habe es jetzt. Sehr gut. Ines war 14, als sie Kirsten das letzte Mal gesehen hat und damals verschwand ihre beste Freundin unter rürzelhaften Umständen auf einmal aus ihrem Leben. Und 20 Jahre später bei einem Klassentreffen stehen sie sich auf einmal wieder gegenüber und ja, die Frage steht im Raum, was da passiert ist, was da wirklich geschehen ist und wie gut Ines Kirsten wirklich kannte. Und ja, das ist wohl eine intensiv erzählerische Suche nach einer verlorenen Freundin und nach einer inneren Heimat. Und es soll wirklich recht gut sein. Ein sehr ruhiges Buch, glaube ich, aber ich freue mich da drauf. Das hört sich richtig gut an. Dann habe ich mir ein Buch geholt, weil im August startet dazu eine Leserunde und zwar von Khaled Hosseini, 1000 Strang. Und das werde ich mit den Mädels lesen, denen ich auch Drachenläufer gelesen habe von ihm. Und hier reisen wir auch wieder nach Afghanistan und begleiten zwei Frauen. Miriam ist 15, als sie aus der Provinz nach Kabul geschickt und mit dem 30 Jahre älteren Rashid verheiratet wird. Und Jahre später erlebt Leila, dass Mädchen aus der Nachbarschaft ein ähnliches Schicksal, nämlich als ihre Familie bei einem Bombenangriff ums Leben kommt, wird sie Rashids Zweitfrau. Und ich meine die liebe Steffi von der Buchschnack, die hat das Buch sehr, 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 sehr gut gefunden und es hat sie sehr berührt. Und da der Drachenläufer, da steht es auch oben, da der Drachenläufer uns ja auch so begeistert hat, freuen wir uns natürlich, dieses Buch im August zu entdecken. Dann habe ich noch einziehen lassen, Ich werde leben von Lale Gül. Ich habe ja Djinns letzten Monat gelesen und irgendwie bin ich auf dieses Buch durch irgendwas gekommen. Und da beschreibt Lale Gül autobiografisch ihr Leben eigentlich. Sie ist aufgewachsen in Amsterdam, aber in einer sehr ultrakonservativen Familie und sie beschreibt halt in diesem Buch, wie es ist, eine Hoffnung zu haben auf ein selbstbestimmtes Leben und über das Aufwachsen eines muslimischen Mädchens, genau, über Grenzen und Gebote und hier steht nur drauf, als ich werde leben erscheinen, bricht die Hölle los und plötzlich steht sie zwischen rechten, linken und religiösen Fanatikern im Kampf um die eigene Stimme. Ja und das ist wohl in den Niederlanden ziemlich rumgegangen, genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich da jetzt drauf kam, aber dadurch, dass ich ja Djinns gelesen habe, war ich da jetzt dran interessiert. Sehr gut. Dann war ich nochmal auf unserer Einkaufsstraße unterwegs und war dann nochmal am Buchladen und das lag unter dem Buchhändlerempfehlen, ist immer tödlich für die Anja, und zwar habe ich mir dann das hier mitgenommen, Hier sind Löwen von Katharina Pollatian, genau, ich weiß nicht, bei wem ich das mal gesehen hatte, aber irgendjemand hatte das mal irgendwo hochgehalten, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Und zwar steht hier in dem Buch im Mittelpunkt eine Familienbibel aus dem Jahre 1915, das ist ein Familienerbstück und die gehört einer armenischen Familie an der Schwachsmeerküste. Und die Geschwister müssen halt fliehen und 100 Jahre später taucht diese Bibel wieder auf mit so Anmerkungen an der Seite und es geht um dieses Familiengeheimnis, um die Menschen im Exil und das wird halt anhand dieser Bibel irgendwie wohl erzählt, diese Geschichte und das hörte sich so spannend an und Armenien habe ich jetzt auch noch nicht so viel von gelesen und deswegen musste das einfach mit, weil das sehr gut klappt. Ja, dann habe ich von Angela Lehner 2001 noch einziehen lassen, von ihr habe ich ja vor kurzem erst Vaterunser gelesen und war da ziemlich begeistert über den Schreibstil von Angela Lehner. Und ja, hier geht es um Julia auf jeden Fall, die zur Hauptschule geht und da so zum Restmüll in Anführungsstrichen gehört, also so ziemlich perspektivlos und spielt halt im Jahr 2001. Und Julia ist eigentlich auch nur wichtig, die Hip-Hop-Musik und das Zusammenhalten ihrer Crew, bis ihr Geschichtslehrer sie wohl zu einem, ja, einem Experiment, einem politischen Experiment bitte teilzunehmen und dann bricht da alles irgendwie zusammen. Und es geht hier halt um Aufwachsen ohne Zukunftsperspektive und von dem Mut, den es kostet, die eigene Wut zu entdecken, über familiäre Vernachlässigung, über Freundschaft und ja, ich glaube, dass das ziemlich gut werden kann, weil, wie gesagt, Angela Lehner fand ich sehr überzeugend als Autorin und ich bin sehr gespannt, was sie daraus gemacht hat, ob das so in die Art, wie die Welle irgendwie geht oder so, ich weiß es noch nicht, ich bin mal gespannt, und habe da aber auch noch nicht so viel zu gehört. Ich weiß, dass die Caroline von Marie Salon de Libres gelesen hat, aber ja, so ganz viel weiß ich nicht darüber, deswegen aber bin ich gespannt, das zu entdecken. Sehr schön. Ja, dann ist bei uns beiden eingezogen in diesem Monat der neue Roman von Mia Newman, a.k.a. Adriana Popescu, wo die Liebe dich findet. Das ist ja im Self-Publishing erschienen und ist ja so ein romantisch-humorvolles Buch. Es geht hier um die New Yorker Fotografin Amy Brooks, die für einen Job ins entlegene Montana geschickt wird und dort trifft sie auf den wortkarmen Cowboy Jackson Redwood und der nicht so viel von so Großstädtern hält und die kommen sich jetzt aber unweigerlich näher und ja, es wird eine schöne Herzgeschichte wahrscheinlich sein, eine Liebesgeschichte in Montana, in den Bergen und ja, da haben wir uns beide sehr gefreut. Dann habe ich mir noch, weil ich ja Stolz und Vorurteil gelesen habe, von Christian Grawe, dem Autor oder Übersetzer meiner Biografie, ach, meiner Biografie, meines Stolz- und Vorurteilsbuches, habe ich noch zwei Bücher gekauft, nämlich einmal Jane Austens Roman, ein literarischer Führer von ihm und einmal die Biografie über Jane Austen. Die passen halt auch noch, weil sie auch bei Reclam erschienen sind, zu meinem Schuber. Deswegen habe ich mir die gekauft und ja, die Biografie heißt Darling Jane. Ja, ich habe gedacht, das ist zur Vervollständigung vielleicht ganz gut und ich habe da auch mal Lust, mehr darüber zu erfahren. Es sind diese beiden Bücher noch bei mir. Die passen richtig gut dazu, oder? Ja, passen sie. floralen Muster. Genau. Sehr gut. Ja, das war es mit den neuen Büchern. Ja. Genau. Kennt ihr denn eins der Bücher? Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare. Und was ist denn so bei euch im Juni eingezogen? Seid ihr auch wieder so eskaliert wie ich mit meinen sechs Büchern? Oder wart ihr brav wie die Anja mit vier Büchern? Wer hat wieder über die Stränge geschlagen? Und wer war brav in diesem Monat? Ich finde, sechs geht noch. Ja, geht auch. Finde ich auch. Ist aber auch völlig in Ordnung. Finde ich auch völlig fein. Ja, bin ich auch fein mit. Genau. Glaube ich schon. Doch, doch. Genau, dann schreibt uns gerne in die Kommentare und dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch. Genau. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.